ARD Text im Auftrag von Funk Ach Alter... Der Diffuser ist... Der Diffuser ist nicht mehr in Ihrer Besetzung. Top 4, letzte Aufstieg. Pfff... Bei mir ist offen. Du hast eine Bombe. So nicht mit mir, Freundchen! Ja? Das hat's gut getan, weil er mich gerade eben so... Hacker-like umgebracht hat. Ich bin da. Die Karte ist ein Planker... Ach, das ist ein Planker... Ich bin da. Ich bin da. Auf die Karte. PLEASE LET ME ECHO ANGREIT ECHO. PLEASE. Ich bin da. Verpiss dich aus diesem Lund! Nein, ich bin da. Hä, aber ich schreibe dir jetzt so an. Ja, der hat ingame so geschrien, der Einung. Ok, Alex. die krebs aus klasse das alte das habe ich jetzt aufgenommen das war aber so ein richtiger julius keine ahnung in dem kitty so lang juli willst du nicht mit dem tim irgendwas machen ach stimmt ja wo ist denn der schnauze hast du sprecherlaubnis nicht erlaubt es ich hab die wenn wir gleich die ohren rabe ich wieso kann ich den typen immer noch nicht mofen ich fickst nur die rohnen sorry ja sorry maaam sorry maaam fick dich du uns sorry maaam bei was für ein ablässchen kannst du bitte runter mofen ich weiß es nicht ich kann ja bitte runter mofen ich kann ja in meinem channel aus was willst du den hinten reinschieben das wirst du nicht wissen können wir jetzt mal das mit dem 2 ich kann ja bitte runter ich kann ja du raffst es anscheinend nicht oder ich hab mich gebiotet ich hab mich gebiotet ist doch scheißegal jetzt äh kai ja er hat jetzt mal ganz fort danach gefragt was in deinem büro ich kann ich kann das ist eine sehr negative von dir hast du einen schlechten Tag du hast einen schlechten Tag es ist der schlechte Tag meiner Lebenszeit und du hast ihn verraten und du hast ihn verraten er hat mich gebeten aber ich weiß nicht ich weiß nicht von POLAND Ich mag es spielen, die Kasu! Ich mag es spielen! Rape deine Mutter! Favourite game. Wer ist? Wer ist? Was? Ja, jetzt wieder Konzentration. Der mit der schwersten Panzer läuft natürlich um. Wir haben hier zwei offene Wände. Wollte ich nur gesagt haben. Wie möchtest du nicht mehr da hin? Nein. Zwei Leute entfallen, yay! Und noch einer ne Falle! Noch einer ist ne Falle! Ja! Ja! Chris, mach halt alle fünf direkt! Das bringt er jetzt auch noch! Komm, einer fehlt noch! Wie? Pfff! Der Letzten hat... Der Letzten hat... Nein! Nein! Ich hab's glaube ich... ein war er bei peter abonnierst an der wobei nahe vorgelesen von piet willkommen nach dem ob sie gerade jetzt Juli bitte ein paar ich hab ihn gehittet, gerade durch die Tür, markiert abgedaunt da haben wir den killsteal, da ist es mann ach alter Alex, was, da ist noch einer da ist Kavera noch drüben so ein Alex, der immer die Brust falsch hält du hast immer wieder das Problem ich hab das Geräusch gehört, ich wusste genau wer da drin ist aber wahnsinnig gute Runde ok, einer ist da, genau, der am Fenster oder was Michi? ja, wie eben die machen auf machen die auf der Dorfer läuft über mir um, um, um Ritaljomper ok sehr schön wieder einander verletzt, na gut, super alter, die Matten, die sind heute naja, Gold wert dabei hab ich zwei dabei hab ich zwei dann mach ich wieder zu hier vorne thanks, buddy dabei hab ich zwei Matten so richtig offen gemacht alter, an allen fünf kills beteiligt drei kills selber und zwei durch die Matte ja, jetzt jetzt alter also das war jetzt echt starke Runden mit äh, Frost der eine Position ist gefährdet ja, KW hat den Fährt wieso das war so dumm das war von draußen 1 drüber das war allerdings hier wie heißt er kurz eins drüben genau von dort oben da war geh rein ja, er ist ja, er ist verletzt ich bin verletzt ne, der ist dauer ich brauche Hilfe ich brauche Hilfe da noch nice 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 das war ein game ich brauche nur kurze haut michi haut 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 nee, ich brauche eine Pause Das war gut. Wie lange? 15 Minuten. Ah, das war ein Head-Up. Trotzdem war das so ein guter Trick. Das ist ein Magic-Trill-Trick. Das ist der 360-Low-Score. Ich weiß nicht wie er genau... Aber einfach nur hinter dem... Ja. Der 360-Turnabout-Low-Score-Headshot und Montagne, der natürlich steht mit ausgefahrenem Schild.